Es ist dem Feind gelungen, die Front in Breitachformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier ist Magen, sie meinen Befehl zu widersetzen! So weit ist das einfach gekommen. Das will ich derart mit belogen! Jeder hat mit belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nicht weiter als ein Haufen niederpreisiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblühen... Gestatt Feiglinge! Verreiß ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch das Geschmacks des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lassen, wie man Messerkabel hält! Jahrelang hat das militärvolle Aktionen nur verhindert! Es hat mich gegen nur ein festigen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hatte gut daran getan, um gerne alle Höroffiziere richtig dienen zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein aus Mist gestellt! Ich bin ganz eropfert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es war ein ungeheurer Verrat, geübt, der deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden ins eigene Blut saufen! Bitte, gerne. Jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen.